Der letzte Part, in dem wir das Spiel vom Death Fort wohl wahrscheinlich, oh, durchspielen. Oh Gott, ich kann nicht viel erklären, in direkt hier ein Zeitdruck-Level. Ach du Scheiße, was will der denn hier von mir, Mann? Nein, nein, Mann, Alter. Ja, vielleicht der letzte Part, wenn er schon so beginnt, dann vielleicht schaffen wir das Spiel noch nicht mal heute. Ne, weil es sind nicht mehr viele Level, es sind zweieinhalb Welten und die Level waren bis jetzt immer nicht besonders lang, deshalb... Könnt ihr glauben, das wird das in dem Part schaffen. Aber nicht so, das ist ja das Problem, nicht so. Im letzten Part haben wir nämlich hier bei Super Mario Maker Games Welt 3, 4 und 5 vom Death Fort gespielt und heute wollen wir 6, 7, 8 spielen. Und 8, äh, Welt 8, warum zweieinhalb Welten, weil die nicht komplett ist, die hat... Scheiße! Ja, scheiße, ob sie Scheiße hat, weiß ich noch nicht. Ja, komm, dann spielen wir die Level in 1 hin, Alter. Ähm... Und zwar... Ähm... Ist die Sache, die... Die ist nicht vollständig, die hat nämlich nur 2 Level, nicht 4. Und ja, und die sieht wahrscheinlich auch nicht so final aus. Aber Luxworld hat neue Scheiße bekommen, neue Welten bekommen, neue Level. Das heißt, im nächsten... in der nächsten Woche, ähm, also ich hab kein weiteres Game mehr von euch, was ich spielen soll. Das ist ja das zweite von euch. Dann werde ich wahrscheinlich die neuen Level von Luxworld machen. Ähm, oder mir ein komplett neues raussuchen, weiß ich nicht, ne? So. Das kann nicht sein. Ich hab da immer noch so viel Geschwindigkeit, dass ich direkt in den dritten Reihen laufe. Das gibt's doch nicht, aber... Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Jetzt mach einfach, Alter. Ich raste sonst aus. So, okay. Hehehehehehe. Boah. Alter, war das knapp. Scheiße. Vor allem, ich hab auch so'n Druck... Weil dat verfickt doch mal... Alles schnell passieren muss. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Mhm. Toll. Oh. Wundertoll. Scheiße. Ey. Einfach so. Einfach. Mach einfach, Alter. Okay. Aber so... Junge, diese Lücken, Alter. Boah, ich komm auch noch perfekt durch. Ja. Das ist das Ziel und ich schaff's. Ich werd's schaffen. Warum ist der erste Checkpoint? Oh Gott. Ja, und jetzt? Hä? Ich check's nicht. Nein, ich hätte da eben nicht reinfallen sollen, oder? Oh doch. Das geht schon. Oh, sonst wär's fies gewesen. Okay. Jumpman. Der Level-Name ist irgendwie unglücklich gewählt. Irgendwie mit Zeitdruck oder so. Werd ich genommen, weil... Hier musste man eher Wannsprünge machen, anstatt zu jumpen. Ja, Jumpman. Der Name geht. Geht. Ist okay. Junior-Attacks. Von Bowser Jr. oder von wem. Weiß ich nicht. Vielleicht würde die Part auch ein bisschen länger sein. Finale und so. Weil das ist das Finale von... Von Game von... Death Fort. Alter. Ja, es hat keinen Namen. Er hat mir keinen Namen geschrieben. Deshalb steht im Titel nach wie vor Death Fort's Game. Icebrow hat den ja nachgereicht. Als wir das Game von Icebrow gespielt haben. Super Mario Bros. Mix. Und... Ja. So. Okay. So. Gut. So. Okay, hier schon der Checkpoint. Das Level war eben nicht so lang. Aber habe ich mir auch gedacht, wegen dem Zeitdruck. Mal gucken, wie lang das hier jetzt ist. Okay. Man muss gegen Bowser Jr. kämpfen. Ich besiege ihn einfach mal. Vielleicht kriegt man einen Schlüssel. Vielleicht auch nicht. Aber der ist halt hier so als normaler Gegner. Ich meine, es gibt keine Bossmusik oder sonst was. Verdammt. Dumm, 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 dumm. So. Bossmusik wäre schon gut gewesen, wenn er das gekriegt hätte. Ach, der ist echt nur als normaler Gegner. Warum nicht einfach mal weiterlaufen? Ich weiß nicht, wann der Level hochgeladen wurde. Vielleicht ging es damals noch nicht mit dem Schlüssel. Und sowas. Dass man die Bosse besiegen musste und nicht nur vorbeilaufen konnte. Nee, 16.01.2016. Das ist ja schon ein bisschen her, du, dass du das gemacht hast. Ging das da schon mit den Schlüsseln? Weiß ich nicht. Ghost and Normal Real Jumpin. Was? Okay. Nice name auf jeden Fall. 6.3. Super Mario Welt. Ach so. Ich sehe es. Ungefähr. Wie der das will. Ich kann so drüber. Kann ich da hoch? Ich kann da lo... What the fuck? Man kann da hoch. Da soll ich auch hoch. Da soll ich sowas von hoch, Alter. Ja, siehste. Das habe ich mir gedacht. Das ist kein Fehler von ihm. Das ist so... Nein. Mann. Das ist so gewollt. Aber das mit dem Pilz, das ich denn jetzt nicht gekriegt habe, war einfach nur dumm. Ja, meinetwegen mache ich es halt so. Weil drunter rennen werde ich ganz bestimmt nicht, Alter. Auch wenn das wahrscheinlich so gewollt ist. Vielleicht geht's. Weiß ich nicht. So. Mach. Oh, ich brauche nur die ersten beiden. Du Assi. Alter. Damit konnte ich doch echt nicht rechnen. Denn die, die Stelle finde ich scheiße. Weil damit kann man einfach nicht rechnen. Dass du vom Laufband direkt in so eine Scheiße geschickt wirst. Danke, Trump. Wegen dir habe ich meinen Pilz jetzt nicht verloren. Oder musste ich ihn zumindest nicht jagen. Ne, hat er mir einiges erspart. So. Das ist auch einfach nur langwierig hier. Gott. Danke sehr. Jetzt einfach nicht runterfallen. Hui. Hui. Na klar. Na klar, natürlich kommt noch mal so ein Scheiß. Boah. Fuck, hier sehe ich ja nichts. Boah, das ist jetzt alles so, so Urin-Gefühl. Ah. Hä? Wie soll ich da alles denn sonst machen, Alter? Ich werde da immer. Ich werde da die ganze... Betrug? Das war aber lustig. Ja, kriege ich aber nicht noch mal hin. Aber das war eben Betrug, weil ich habe eigentlich Z gedrückt. Oder R. R in dem Fall. Mit Z... Doch, mit ZR geht es auch noch. Z gibt es nicht. Es gibt nur ZR und ZL. Und das geht mit beiden. Ich drücke aber immer R. Und mit L geht es auch. Ey. Ja. Rack. Wie wäre es, wenn du die Steuerung für Super Mario Maker vielleicht am Release war? Testest du dich ein Jahr über ein Jahr später? Ne? Wäre... Wäre schlau. Wenn man das Timing raus hat, dann ist gut. Wenn nicht, ist nicht gut. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe ja nichts. Ja, Scheiße. Ich muss zurück. Ich komme da nicht mehr hoch. Boah, kann man hier Leben farmen. Ich dachte, dann reloaden die vielleicht. Weil ja... Oh Mann, die Stelle ist echt schwer. So. Letzter Part. Von wegen, Alter. Acht Minuten. Wir sind beim zweiten Level. Von geplanten zehn. Weil die Level von Defort waren bis jetzt sich leicht und schwer. Aber jetzt so ab Welt 6 gibt es plötzlich nochmal einen Höhneflug. Ah ne, ist der dritte Level. Der zweite. Der war leicht, der zweite. Aber das ist schwer. Gut, im Notfall kann ich ja auch schneiden. Wenn wir jetzt hier Stunden dabei sein sollten, hier rum zu fählen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Junge. Okay. Was ist das hier für ein Abschnitt? Was macht der hier? Hat der irgendeinen Sinn? Ähm. Was ist das hier? Ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich will... Das ist... Das ist einfach gestört, was da abgeht. Mir ist das jetzt egal, was da ist. Was kam da denn für ein... Was kam da denn für ein Scheißhaus? Was ist das denn für eine Scheiße? Wo fliege ich denn hin? Als ob ich das machen muss. Was? 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 Als ob da jetzt so ein Pilz kam, Alter. Egal, ich kriege hier noch eine Blume. Also diese Invasion gab es schon damals. Mit den Items. Dann verstehe ich nicht, warum. So geht's. So macht man das. Aha. Nein, nicht umbringen. Ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Oh, es geht aber noch. Nein, 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 nein. Nein. Das musste ich jetzt tun. Nein. Der hat da hinter dem... Da gibt's kein anderes Wort für. Der hat hinter dem Ziel auch noch solche stacheligende Spasten versteckt. Und deshalb bin ich gestorben. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hätte das Level so locker... Klar. Ey, da habe ich es einmal geschafft, ne? Ach komm, wir haben das Level gesehen. Bis gleich, Alter. Bis gleich. So. Du Assi. Ja, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Da war noch was. Wo der draufgestanden hat. Das sieht man doch nicht. Ey, was kann ich denn dafür? Man kann das vielleicht checken, wenn man mit dem Pilz noch... Wenn man noch so blinkt, dagegen rennt. Ist mir, glaube ich, einmal passiert. Dann habe ich es noch geblickt, bevor ich gestorben bin. Junius Castle. Mal ganz im Ernst, was soll das? Was soll das? Was soll das? Okay. Der hat schon krasses Gassel. Fuck. Ist das krank? Also, der Schwierigkeitsgrad, der nimmt ja enorm zu, Alter. Ach du Scheiße. Was ist das, ey? Nein! Das wird die Drops, hat er extra so gemacht, damit man da nicht hochdingsen kann, oder was? Ja, ich habe ja gesagt, letzter Part. Das wird dann wohl nix mehr. Oh, Alter. Warum macht man denn sowas? Warum macht man denn sowas? So, warten, bis die sich ausgebildet haben. Ja. Er hat den Level ja geschafft. Gibt es hier irgendwie einen Sternenblock irgendwo? Wenn der hier irgendwo einen verstickten Sternenblock versteckt hat, dann rast sich komplett aus, weil das ist einfach nur unfair. Ja, der möchte Level auch nicht spielen. Also, wenn ich gleich in Videokoko und da ist ein Sternenblock, ich breche einfach an der Stelle dann hier ab, weil keine Ahnung, ob der Rest dann genauso sein wird. Krass! Blind Jump. Pils, 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 Pils. Bills, 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 Alter, 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 Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, man kriegt hier nochmal Leben, krass. Fuck, Alter, war das knapp. So. Der Kugel-Willi macht natürlich nix weg. Lass mich durch. Gibt's hier oben nochmal irgendwas? Irgendein Special Item? Ne, da oben ist nix. Okay. Lol. Ah, der will, dass ich nicht mehr zurück kann. Okay, schlau gemacht, schlau gemacht. So. So. Oh! Nein! Sehe ich erst jetzt? Ich hab grad mal 80 Sekunden. Ich hab darauf gar nicht geachtet. Ne, ich hab das einmal geschafft hier, ne? Und werd's nie wieder schaffen. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, fuck. Ey, die Schwierigkeit langsam beim Death-Forder. So plötzlich markt er so. Oh, Mann. Ich kann nicht unter Druck. Unter Druck kann ich nicht. Also plötzlich so ist der Schwierigkeitsgrad hat ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zugenommen, ne? Ganz, ganz bisschen. So. Das ist so schwer, Junge. Was sind das plötzlich für Level? So. So ist gut. Oh, fuck. Muss man so fein springen? Das gibt's doch nicht, ey. Weil man muss ja schnell machen. Okay. Oh Gott. Jetzt kein Fail. Nein! Nein! So. Gott. Danke sehr. Okay, okay. Und jetzt durch. Okay, jetzt hab ich auch viel mehr Sekunden als vorher. Nein, den muss ich aber besiegen. Na, natürlich. Okay, das sieht auch nicht sehr vom Design her nicht so gut aus. So. 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 Mann. Okay. Nein! Jetzt wird's nochmal knapp mit der Zeit. Ich muss ihn jetzt unbedingt treffen. Ob ich das überhaupt so noch schaffe? Ja, sechs Sekunden, sechs Sekunden. Das wird doch, das wird doch. Alter, ich halt nur fünf Sekunden, ey. Huuuh, Level, Welt 6, ja, da wird abgeschlossen. Nach einer Viertelstunde. So, ich bin jetzt gespannt, wie Welt 7 wird. Also, erst mal haben die Level die meisten keine Namen, dann sind manche noch verfickt. Kurz. Dann machen wir halt heute ein bisschen Überlänge, ne. Machen wir halt heute ein bisschen Überlänge. Sag mal, was ist das denn hier, ey? Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße, 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 Alter. Hey! Ich schwöre, ich hab nicht nach oben. Ich spiel auch mit dem Steuerkreuz, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Junge, das war eben so perfekt, ohne Spaß. Wetten, jetzt krieg ich's nie wieder hin. Ich krieg das nie wieder so hin. In der Form nie wieder. Ey, 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 ey. Das ist, Alter, dieser Sprung, ne. Das war eben. Es kam halt eben alles so plötzlich. Wie die Leistungen. Shish! Ja, super. Ich weiß auch nicht, wie ich's da hingekriegt habe, noch irgendwie abzubremsen. Okay, warte. Das schaffen wir. Dieser Level ist scheiße schwierig. So. Oh, scheiße, Mann. Fuck, aber es ist gar nicht mehr so schwer. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Oh, dieser Sprung ist schwer. Ja. Ja. Das geht. Ja. Ah. Ah. Mach's einfach so Ich glaub, das ist einfacher Für jeden Es ist so einfacher Zeit hab ich genug Kommen jetzt hier Trumps runter? Nee Oh, Alter Das ist ja hier knapp beim Messen Huh Okay Krass Hätten wir das auch geschafft So, 7-2 Aber Die Schwierigkeitsgrad frustriert ja auch nicht So, also diese Random Diese Random Kills Stuftet So hart runter, die Wertung Das glaubst du nicht Ich mein, was kann ein Spieler dafür? Ein Spieler kann für diesen Tod nichts Und deshalb ist das scheiße Ähm, ja Ich kann jetzt auch Eigentlich den Level auch einfach abbrechen Weil das ist einfach nur Unfassbarer Nee Solche Level kann ich einfach nicht nachvollziehen Ja, 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 ja 2016. Ach du Scheiße, Alter. Okay, hier kommen die aber nicht mehr so extrem hin, ne? Hier ist es gar nicht mehr so schwer. Ei, ei, ei. Oh, fuck, Alter. Okay. Oh Gott, ach, das ist nur ein Pilz. Das ist nur ein Pilz. Na super. Äh, Defort. Was sind das für Level? Was sind das für abgespacede Level? Gut. Gott sei Dank, Alter. Okay. Die sind doch nicht frustrierend. Das heißt, wir kriegen das Game noch in diesem Part durch. Noch vier Level. Bowser's Pre-Ship. Jetzt plötzlich Super Mario World Style. Das heißt nicht, dass die Level nicht noch weniger kranker sind. Ich mein, guck's dir an. Die waren gerade so kurz in der Luft. So ohne Grund. Och du Scheiße, Alter. Was war das denn für eine knappe Scheiße? Jo, okay. Nach ersten paar Sekunden direkt ein Checkpoint. Vielleicht, weil er es selber irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Weil das so eine schwere Scheiße war. Soll ich den nochmal aktivieren oder mitnehmen? Ich aktiviere ihn jetzt einfach nochmal. Ja. Junge, was ist das denn? Warum macht man sowas? Soll ich das bei dem P-Switch aufwerfen oder was? Kann ich mir vorstellen. Ich glaub, das mach ich sogar. Moment. Da ist was. Ich fall da mal runter. Ey. Ey. Ich nehm mal den P-Switch gleich mit. Und dann fall ich da mal runter. Mal gucken, was passiert. So. Ja. Soviel zum Thema P-Switch mitnehmen. Ah, ne. Das war weiter. Ah, aber da komm ich eh nicht mehr weiter. Ah. Okay. Aber ein bisschen Gegner-Spamming war das da schon, würde ich mal sagen. Gut. Ja, ich glaub, der will, dass man das nochmal aktiviert. Ja. Alter, was ist das denn? Ich seh nix. Der nächste Checkpoint. Oh, jetzt sind hier... Jetzt sind die Geister aber los, ey. Oh. Oh. Alter. Was sind dat für Level, Junge? Natürlich, Eis kommt. Ja, na klar, Alter. Na klar, der Ford. Warum rastet der plötzlich so aus, der Typ? Der war ganze Zeit so sozial. Und jetzt kriegt er die Anfälle des Todes. Junge, um wie viel Uhr wurde das hochgelassen? Ja, jetzt geht das Gamepad nicht mehr. Ich schmeiß das Ding irgendwann in den Müll. Das sind mir zu viele, zu viele Fehlscheiß-Dinger. Ja, klar. Ach so. Ach ja, den Sprung... Das kann ich jetzt auch nochmal machen, ne? Ohne Feder alles. Cool. Ach, du Scheiße, Alter. So. Nö. 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 Ich will da drüber. Ist mir sonst... Ich glaub, drunter ist sogar... ...nicht so riskant wie drüber. Oh, fuck. Ja, die Dinger explodieren ja gleich, Alter. Was ist das hier? Ich kann natürlich auch vor dem... ...vor dem Typen warten. Das geht natürlich auch. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Warte mal. Das war nur eine Frage der Zeit. Bis das passiert... Junge, Defford, was ist los mit dir? Natürlich, Alter. Komm, leck mich doch. Ah, ich muss minus zwei Minuten rechnen. Ich muss minus zwei Minuten rechnen... ...wegen dem Einschnitt, den ich gemacht habe. Shit. Oh, da... Oh, Mann! Oh, Mann! Gott! Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Alter, das ist so krank, ey. Okay. Also, das ist eigentlich schon... ...ja, leck mich doch. Ich nehm den Pilz dann gar nicht mal mit. Dann nehm ich den Pilz gar nicht erst mit. Wenn der mir da eh nur Probleme bereitet. Danke, dass ich für die Weisheit jetzt auch so lange gebraucht habe. Aber dass der Pilz hier mir nicht viel bringt. Oder geht's hier irgendwie hoch? Ach so, ach so, ja. Pss. Dann nehm ich den Pilz doch mit. Oh, Mann. Warum schaffe ich das so beim ersten Mal immer und danach nie wieder? Warum? Jetzt geht gar nix mehr, oder was? Ja, wenn der einfach nicht sprengen möchte, dann kann ich das auch nicht. Verdammte Scheiße, du stück Scheiße. Danke sehr. Richtig lieb. So. Okay. Wir nehmen diesen Weg. Wir lassen uns erstmal noch von dem Stück Scheiße da attackieren. So. Jetzt passiert nicht mehr viel mehr. Sehr schön. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen, Alter. Du Bastard. Fuck. Ah, ich krieg hier noch Anfälle, ey. Das kann nicht sein. Ey, das sind so Gefühlssprünge. Das sind wirklich meine Finger, die fallen gleich ab, Alter. Das komme ich mir vor wie bei Kaizo Mario. Was ist denn hier noch? Das ist jetzt irgendein... Was ist das für ein Bonus-Scheiß? Ach, das ist hier so ein Skip? Natürlich hat er so ein Skip eingebaut, ne? Für die Leute, die der Vorteil ist in das Level kennen. Und dann hier alles überspringen können, oder was? Ach so. Jetzt habe ich das... Okay. Aber wenigstens habe ich das Teil gefunden. Ja, leck mich doch am Arsch. Hm. Hm. Okay, wenn er hochspringt, dann... Öfft er erstmal keine Hämmer mehr. Oh Gott. Ja. Die Tür bringt einen zum Ziel. Junge, was bist du denn für einer, Alter? Oh, meine Finger. Meine Finger. Bowser Jr. Last Fight. Also sein Skip war scheiße. Alter. Ja, und das Fight, das muss natürlich... Natürlich wieder auf einem wunderttollen Schiff stattfinden, Alter. Wo der Schwierigkeitsgrad wieder übel ist. Ach so. Na klar. Ey. Aber links bin ich immer sicher. Sehe ich gerade. Okay, der Abschnitt ging nicht besonders lang. So, Last Fight, mein Lieber. Aber der Last Fight ist mal mega... Easy, wollte ich sagen. Okay, das war echt leicht. Wegen der Clown-Kutsche... Also die Clown-Kutsche hättest du ruhig weglassen können, weil dadurch wurde es... Als ob ich jetzt sterbe. Wegen dem Panzer, ey. Da wäre ich ausgerüstet. Weil die Clown-Kutsche macht es einen echt schon leicht. So. War es das? Ja, das war es. Ja, okay. Dann ist die Überlänge gar nicht mal so krass. Dann werde ich das nicht schneiden. Dann in zwei Part splitten. Dann... Dann passt das schon. Dann passt das schon. In einem Part. Ne, was alles in einem Part passt. Acht, eins. Leider ohne Name ist es jetzt die Special World oder so. Weil... Keine Ahnung. Obwohl du hast... Ach ja, du hast ja dazu geschrieben. Es ist kein fertiges Game. Aber ich glaube, da kommen jetzt auch nicht mehr viele Level. Also, ob da überhaupt noch was kommt. Vielleicht hast du es auch einfach abgebrochen. Das kann natürlich auch sein. Weil bei so einem Kack hier würde ich auch irgendwann einfach den Kotzen kriegen. Nicht Spaß. Wunder toll. Wunder toll. Ach du Scheiße. Was ist eigentlich los? Was ist... Oh! First Try! Ey, wie lange hast du dafür gebraucht? Schreib sofort in die Kommentare. Natürlich direkt am Schnittpunkt von dieser Scheißkante. Alter! Ich hab's geschafft! Alter, Alter, Alter! Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Jo! Jo! Oh mein Gott! So schnell diesen kranken Level! Aber natürlich kann er nicht so lange gehen, wenn der... So krank ist. Das war kreativ. Oh, das letzte Level sieht aber gut aus. Du! Das sieht nach einem Finale aus, ey. Falls ihr das Thumbnail gesehen habt. Das ist jetzt mal ein richtig langer Level gewesen. Okay, hier kamen die Bohrer dazu. Aber mit den Bohrern kamen auch die Schlüssel. Da bin ich mir sicher. So. Leck mich. Ich hab nicht gedacht, dass die Aufgabe so einfach ist, dass man da einfach oben bleiben muss. Deshalb bin ich gesprungen. So, okay. Keine Ahnung, was da drin ist. Ist mir auch grad scheißegal. Du, du, du. Mach schneller! Oh Gott. So. Das sieht nach einem Finale aus, du. Das sieht nach einem Finale aus. Ach, du Scheiße. Okay, dann muss ich die wirklich fertig machen. Natürlich. Natürlich, komm, stirb einfach. Oh Gott. Double Kill. Irgendwie. Das ist jetzt aber Paracrupa. Ah ne, der ist zu... Oh Gott. Natürlich! Okay, dann muss ich das spinnen. Das hat mir mal keiner gesagt. Was soll das denn? Was soll das denn? So. Nein. Warte, geht das auch so? Boah, das war riskant. Gott. So, jetzt ist es irgendwie hier nur Gehüpfe, dass es immer gleich ist. Warte, ich kann ja auch da hoch. Und vielleicht so ein bisschen abkürzen. Okay, da kommen Bonbons. Oder auch immer die wollen, weiß ich nicht. Okay, das hätte ich geschafft. Ich komme wahrscheinlich nicht beim Checkpoint raus. Das habe ich mir gedacht. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Obwohl, wenn ich mich oben halte, dann geht das wohl. Obwohl, wie schnell kommen die jetzt auf einen zu? Die haben Flügel. Das gibt keine Überlänge. Ähm, ja. Das wird langsam langweilig, Junge. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Jetzt versuche ich mal was. Hat ja super geklappt. Ich will jetzt auch nicht groß... springen wegen dem Scheiß-Parakupas da oben. Mann, kann ich jetzt nicht mal präzise springen, oder was? Geht das nicht mehr? Was? Hä? Den Tod verstehe ich jetzt wirklich nicht. Den Tod verstehe ich jetzt echt nicht. Den Tod kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Genau so wie diesen. Was habe ich als Spieler bitte gerade eben groß falsch gemacht, Mann? Ich kann ja auch von hier, ne? Ja, das geht. Scheiße, schau, scheiße, 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 scheiße. So, das sind jetzt die, das ist jetzt die Ultra Edition, die einfach nur, ich bin krank im Kopf Edition. Rein da. Ja, Checkpoint. Hier ist Bowser. Wie geil ist dieser Abschluss bitte gewesen. Wie geil war das. Mit Anlauf sofort drüber. Wie geil war das, Alter, wie geil. Oh mein Gott. Damit hätten wir es geschafft. Der letzte Level, ach, die Parakupas waren nur zur Behinderung da, ey. Ich gebe 68%, ich glaube die größten Kritikpunkte, aber auch die Kreativität, wie zum Beispiel bei diesem Level, ich habe alles während des Spiels gesagt. Das Game war gut. Dann im nächsten Part von diesem Let's Play. Also das war's mit Deffert. Danke Deffert, du hast mir echt, ja, also der letzte Level war sehr, sehr gut vom Game. Der Rest, meine Meinung habe ich ja die ganze Zeit gesagt, 68%, sind glaube ich auch nicht unbegründet. Dann im nächsten Part werden wir weitere Level von Luxworld spielen. Und was dann kommt, vielleicht mache ich dann mit TTT weiter, beende TTT und, ja, spiele vielleicht noch andere Games in Super Mario Maker, die gut sind. Danke fürs Zusehen. Danke Deffert und wir sehen uns beim nächsten Part von Super Mario Maker Games. Tschüss.